Bei den Immobilienmaklern brechen harte Zeiten an. Für Glücksmakler, für Hoffnungsmakler. Nur dann erfolgreich sind, wenn alles einfach, easy und unkompliziert ist. Hier will ich das mal mit euch aus einer ganz anderen Sicht beleuchten. Und die nächste Folge zu unserem Immolution Podcast. Mein Name ist Heinz Bosbach und heute will ich mit euch über ein Thema sprechen. Nämlich über das Thema, bei den Immobilienmaklern brechen harte Zeiten an. Und das ist eine Zeit, die nichts für Glücksmakler, für Hoffnungsmakler, für Makler ist, die nur dann erfolgreich sind, wenn alles einfach, easy und unkompliziert ist. Also es brechen im wahrsten des Wortes harte Zeiten an. Und hier will ich das mal mit euch aus einer ganz anderen Sicht beleuchten. Oder aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten. Denn mir fällt einfach immer wieder eine Sache auf, die ist schon teilweise echt ein bisschen anstrengend. Also ich nehme euch mal gerade auf so eine kleine Zeitreise mit. Also ich bin ja nur schon weit über 30 Jahre im Markt. Immobilien, Finanzen, Versicherung. Ich habe viele Dinge erlebt. Und ich habe Währungsreformen erlebt. Ich habe Inflation. Wir haben alles Mögliche schon erlebt. Ob das 2008 Lehman war. Alles Mögliche. Und ich kann eins sagen. Ich habe eben auch schon Immobilien verkauft zu Zinssätzen bei 8% bei der Bank. Wir haben verkauft zu 6, 7, 8%. Und wir haben Immobilien verkauft wie Bananenstauden. Das war alles überhaupt kein Problem. Nach dem Motto, wann ist der beste Zeitpunkt zum Kauf einer Immobilie immer jetzt. Das war damals unser Spruch. Und es hat wirklich funktioniert. Und schaut, was ich mal so wirklich spannend finde, ist, dass immer das alles aufs Außen geschoben wird. Jetzt sind es die Zinsen, die schuld sind. Dann war es Corona. Es sind immer die anderen schuld. Und Leute, hört einfach auf, immer die Schuld bei anderen zu suchen. Wir reden hier über das Thema Verantwortung. Verantwortung als Selbstständige, Verantwortung als Unternehmer. Und wer jetzt in der Krise Probleme bekommt, der hat zuallererst einmal schon vorher wirklich gravierende Fehler gemacht. Und vor allen Dingen, er weiß nur, sein Geschäft zu beherrschen, wenn alles glatt läuft, wenn alles easy läuft. Weißt du, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man eine Immobilie nur dann verkaufen kann, wenn alles easy ist, dann kann es ja jeder Depp. Ja, dann kann ich einem 14-jährigen Kind oder Jugendlichen ein Schild um den Hals hängen, den durch die Stadt laufen lassen und er kann auch eine Immobilie verkaufen. Das ist ja kein Verkaufen. Das ist Zuteilen. Nichts anderes als Zuteilen. Einfach nur rumlaufen und irgendeiner wird es schon machen. Und alleine schon die Tatsache, dass bei Anfragenerstellung, also wenn ein Kaufinteressent eine Anfrage stellt und sich dann nur noch die Rosinen rausgepickt werden. Es werden nicht die Käufer gepflegt, die Kaufinteressenten. Weil jetzt zeigt sich schon, hast du in der Vergangenheit deine ganzen Interessenten begleitet, hast du sie informiert, hast du dich als Experte positioniert, hast du deine Kompetenz unter Beweis gestellt, sind die Leute gesprächsoffen, kannst du verschiedene Objekte untereinander sozusagen mischen und kannst sagen, ich habe da noch was Cooles, habe da noch was Cooles. Das zeigt sich immer wieder, das ist wieder so dieser, wie früher in der Kindheit, wenn der Regen, wenn es regnet, haben die wenigsten Kids Bock, Fußball zu spielen. Nur die Jungs und auch Mädels, die jetzt Spaß haben, die wirklich Spaß haben und egal welches Wetter, ob der Matsch, ich kann mich noch gut daran erinnern, früher, wenn Matsch war, habe ich rausgeguckt, gesagt, geil, jetzt eine Viertelstunde, halbe Stunde im Matsch Fußball spielen, macht das ein Spaß. Und das ist genau das Thema. Also wir brauchen an dieser Stelle auch keine schönen Wettermakler. Aber das ist das große Problem. Deshalb sind viele Makler gescheitert an dem Thema Vermieterprovision, also Bestellerprinzip. Viele sind gescheitert und völlig entnervt haben sie aufgehört, als es um die geteilte Provision ging. Und Verkäufer haben natürlich gesagt, ey, warum soll ich denn eine Provision zahlen? Ja klar, weil viel zu viele Hansel draußen rumgelaufen sind und gesagt haben, ey, wir arbeiten umsonst. Ach, jetzt auf einmal geht es doch, dass die geteilte Provision verkauft wird. Ah ja, weil du nicht verkaufen kannst, gehst du jetzt an der Stelle hin und sagst, oh ja, jetzt teilen wir die 3% durch 2. Bei mir brauchst du nur 1,5% zahlen. Leute, das sind alles komplette Bullshit-Strategien. Das sind Loser, das sind Verlierer-Strategien. Ja, so kannst du einfach kein Business nachhaltig aufbauen. Genauso wie die Typen, die in den 2000ern hingegangen sind und gesagt haben, ja, der Privatverkauf, der steigt immer mehr. Ja, jetzt machen wir das mit einem Pauschalangebot, ja, 1% oder 997 Euro und wir vermarkten ihre Immobilie. Wo sind sie denn? Alle sind sie weg, weil sie gescheitert sind, weil die Modelle kaputt gegangen sind, ja. Weil die Leute gesagt haben, dann kann ich die Scheiße auch selber machen. Und es bleibt dabei. Es geht um das Thema Verantwortung. Lass uns mal kurz darüber sprechen, was ist eigentlich Verantwortung. Verantwortung ist, dass du für dein Handeln, ja, für dein Handeln, dass du das, was du tust, zu einem guten Ergebnis führst. Dafür sorgst, dass kein Schaden entsteht. Das ist Verantwortung. Und vor allen Dingen, Verantwortung ist auch nicht etwas, wo man sagt, das ist nur dann da, wenn du die Absicht hast, Verantwortung zu übernehmen, sondern auch dann, wenn du es gar nicht checkst, also im Sinne von bewusst oder unbewusst, Verantwortung ist immer da. Du hast immer die Verantwortung. Ja, also nehmen wir mal das Beispiel, du fährst über die Autobahn, du siehst das Schild nicht, wo 100 steht, fährst aber 150. Ja, entschuldige mal, du hast trotzdem die Schuld, ja. Ob du jetzt das wusstest, das Schild gesehen hast oder nicht, ja, du bist einfach 50 zu schnell gefahren. Ende aus, drauf geschissen. Du musst deine Buße bezahlen, ja, du musst dein Bußgeld bezahlen. Ende aus, Mickey Maus. Und es spielt auch gar keine Rolle, ob 350.000 andere Idioten auch zu schnell fahren. Ich war auch einer von denen. Ja, es spielt keine Rolle. Du bist zu schnell gefahren, Punkt aus, Ende. Warum? Weil du am Ende des Tages dich den Spielregeln der Straßenverkehrsordnung unterwirfst, in dem Moment, wo du dich in ein Auto setzt und einen Führerschein hast. Verstehst du? Ist gar nicht so schwer. In dem Moment, wo du Selbstständiger bist, wo du Unternehmer bist, unterwirfst du dich den Spielregeln der Betriebswirtschaft, ja, und der Eigenverantwortung dafür zu sorgen, dass du genügend Aufträge hast, dass du deine Aufträge verkaufst, dass du Geld verdienst, dass du mehr Geld einnimmst, als du ausgibst. Punkt. So einfach ist das. Ganz, ganz einfach. So, und gesetzliche Bedingungen, die werden sich immer verändern. Entweder es ist der Gesetzgeber, ja, oder jetzt gerade der Markt, ja, der Kapitalmarkt verändert sich. Es wird immer Veränderungen geben. Nimm dir mal einen Leitsatz und mach dir einen dicken Knoten in deine verdammte Hose. Und in diese Hose, dieser Knoten bedeutet, wir leben für und von Veränderungen. Selbstständige und Unternehmer, die sich schnell Veränderungen anpassen können, Rezepte haben, Lösungen haben, die sind die Gewinner und niemand anders. Alle anderen kriegen auf die Fresse. Punkt aus Ende. Das ist der Punkt. Also gehen wir nochmal zurück zum Thema Verantwortung. Verantwortung bedeutet also, dass du auch die Verantwortung hast, wenn du Scheiße baust. Also das heißt, wenn ein Schaden entsteht, wenn etwas nicht funktioniert. Beispiel. Du gehst zum Verkäufer. Der Verkäufer will seine Immobilie verkaufen. Der sagt dir aber, ey, ich möchte 350.000 oder 500.000 Euro für die Immobilie haben. Du siehst bereits, hey, das ist die Bude niemals wert. Zusätzlich haben wir das Problem des aktuellen Marktes. Also eigentlich sehe ich eher 400.000 Euro. In dem Moment, wo du diesen Auftrag annimmst, wo du dem Kunden in dem Glauben lässt, seine 500.000 können in irgendeiner Weise realisiert werden, bist du derjenige, der schuld ist, wenn es nicht klappt. Du bist derjenige, der die Narrenkappe anhat. Du bist der Clown und niemand anders. Wenn du das nämlich nicht auf die Reihe kriegst, die Objekte zu Preisen reinzuholen, die realistisch sind, die an die Marktgegebenheiten angepasst sind, dann bist du schuld. Und dann kannst du nachher nicht hingehen und sagen, ja, sie wollten aber ja die 500.000 haben. Nein, das ist genau wie du hast das Schild übersehen. Du hast das Straßenschild übersehen. Du hast die Geschwindigkeitsübergrenzung gesehen. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, du hast auch gesehen, dass die Bude keine 500 wert ist. Sondern du hast es gemacht, weil du den Auftrag haben wolltest. Und weil du geglaubt hast, wenn du es anders machst, kriegst du ihn nicht. Ja, und da sind wir beim entscheidenden Thema. Nämlich bei der Verantwortung, kompetenter zu werden. Kompetenter in Verkauf, kompetenter in Argumentation, kompetenter in Rhetorik, kompetenter in einfach allem. Und das ist nämlich genau das Thema. Wenn du nicht keine Rezepte hast, wenn du nicht weißt, wie du jetzt in dieser Marktumgebung Gas geben kannst. Oder wie du dein Unternehmen, die Karre aus dem Dreck und glaub mir eins, ich habe auch schon viele Fehler gemacht. Aber du musst halt irgendwann mal begreifen, dass du nicht immer in ein und dieselbe Falle reinlaufen kannst. Und dich dann beschwerst, dass die anderen schuld sind. Weil das ist wirklich diese Jammerei, die nervt total. Und da musst du raus. Du musst raus aus diesem Jammertal hin in die Verantwortung und in die kompetente, also kompetenter werden, dir Fachwissen aneignen und dich einfach weiterentwickeln. Und weil jetzt wird nämlich Folgendes passieren. Wenn du nämlich beginnst, voll und ganz für all das, was du tust, einzustehen, die Verantwortung zu übernehmen und jetzt überlegst, wie kann ich das Thema lösen. Nämlich durch Hilfe zum Beispiel von außen, durch eigene Strategien. Weil schau, den Menschen fällt es unheimlich leicht, anderen Menschen zu helfen. Aber denen fällt es unendlich schwer, Hilfe anzunehmen. Weil man ja glaubt, man wüsste alles besser. Aber schau, wenn du immer wieder das ein und dasselbe Thema auf die Platte bekommst und von einer Krise in die nächste stolperst. Da bist du nichts anderes, als immer dieses Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. Oder wenn du Umsatz machst und du hast, sagen wir mal, 100.000 Euro verdient und das Erstbeste, was du tust, ist erstmal vier Wochen Urlaub zu machen, dann bist du halt unternehmerisch vollkommen auf dem Kamikaze-Weg. Und fang eben an, sichere Strukturen zu schaffen, ein extrem geiles Geschäftskonzept an den Start zu bringen und das mal über Jahre hinweg durchzuhalten, dass du fest und sicher im Sattel sitzt. Und dann bin ich mir sehr sicher, sehr sicher, dass du nie wieder Probleme haben wirst mit irgendeiner Krise. Wenn dir das alles gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like. Wenn du eine Meinung dazu hast, dann kannst du natürlich auch super gerne hier einen Kommentar reinschreiben unter diesem Video. Und du kannst mir natürlich selbstverständlich auch auf den sozialen Medien folgen. Also hier abonniere auf jeden Fall den Kanal. TikTok oder auf Instagram oder Facebook würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir vor allen Dingen alles Gute bei der Übernahme von Verantwortung. In diesem Sinne, mach's gut. In diesem Sinne, mach's gut.